Zehn Jahre Teneriffa. Zehn Jahre Teneriffa, wie die Zeit vergeht. Zehn Jahre sind eine kurze Zeit, eine lange Zeit. Seit zehn Jahren lebe ich auf der wunderschönen Insel Teneriffa. 19. April 2023, hatten wir gerade am 19. April 2013, begann mein neues Leben. So möchte ich es eigentlich wirklich bezeichnen. Zehn Jahre, viel ist passiert, aber von Anfang an war ich hier angekommen. Ich ganz persönlich habe auf Teneriffa meinen Platz in dieser Welt gefunden und das ist so ein Geschenk. Das ist etwas, das habe ich überhaupt nicht erwartet, überhaupt nicht erträumt, überhaupt nicht gedacht. Ich habe gar nichts eigentlich erwartet. Ich wollte eigentlich nur weg aus Deutschland, auf die Kanare nach Teneriffa, in die Sonne und dann mal schauen. Und das, was ich hier vorgefunden habe, ist wirklich, es spiegelt mich und mein Leben. Es kommt mir alles so entgegen. Und das Spannende ist wirklich, ich wusste das vorher nicht. Ich habe hier liebevolle Menschen. Ich habe die Natur. Ich gucke immer hier aus dem Fenster, könnt ihr nicht sehen. Ich sehe Bananen. Ich sehe Sonne, wenn der Himmel natürlich ist. Die Menschen sind liebevoll. Man duzt sich hier nur. Vor Irrsinn wurde immer Küschchen, Küschchen. Man hat sich geknuddelt. Das ist leider dank Irrsinn kaputt gegangen. Aber so ganz, ganz langsam kommt das wieder. Ich habe den Irrsinn hier überlebt. Ich möchte behaupten, es war weitaus entspannter als das, was ich so von euch aus Deutschland berichtet bekomme. Obwohl wir hier die komplette, den kompletten Knast hatten, ja, mit Ausgangssperre. Da hatte ich ja den Vorteil, auf meiner Finca konnte ich jederzeit zur Tür raus, weil es da meine Finca war, ist abgeschlossen. So, es ist ein ganz anderes Leben hier. Man muss es mögen. Ja, also, das mag nicht jeder. Aber für mich ist es genau richtig. Die Canarios sind einfache, liebevolle Menschen. Sie haben nicht viel Geld. Aber auch wenn sie viel Geld haben, viele sind viel reicher als mancher Deutscher, weil die ihre Immobilien behalten. Ganz viele Canarios haben unheimlich viele Finca, also Acker, Häuser, Immobilien, was nicht alles. Wenn die das verkaufen würden, wären sie reich. Das interessiert die gar nicht. Und das ist so schön. Es ist ein einfaches Leben. Man lebt. Die Canarios arbeiten entspannt. Ja, darum denken viele Deutsche. Der arbeitet ja gar nicht. Der redet ja nur. Die arbeiten trotzdem. Wenn die was machen, die kriegen es fertig. Aber auf eine entspannte Weise. Und ja, es ist nicht deutsche Norm. Es ist nicht perfekt. Es ist kanarisch. Das muss man mögen. Aber so viele Canarios, gerade die Männer, die können alles. Die haben es nicht gelernt, aber die bauen dir ein komplettes Haus. Alles machen die. Dach, Boden, Elektrik, Fenster, Küche, an. Alles. Das können die, weil die so aufwachsen, einfach alles selber zu machen, selber zu können. Und das finde ich so klasse, wenn man das alles kann. Ja, da ist dann mal der Boden schief mit dem Gefälle. Ja, oder die Elektrik springt dir raus. Und solche Sachen. Aber es ist so nicht perfekt. Wenn ich etwas liebe, dann ist es nicht perfekt. Es ist nicht akkurat, ordentlich. Es ist Natur. Es ist Leben. Es ist völlig unwichtig hier, wie du aussiehst, wie du gekleidet bist, wie du dich gibst. Es wird jeder mit jedem gesappelt. Jeder wird integriert, gerade auf den Dörfern. Ja, ich liebe ja nur, ich lebe nun wirklich am Po der Welt, sagt man, sagt man oft und ich liebe das. Also dörflich. Es ist völlig egal, was null interessiert, ist hier Markenklamotten oder den teuersten Schmuck. Völlig unwichtig. Markenautos, was für ein Auto fährst du? Das ist nada interessante, nada wichtig hier. Es interessiert keinen. Und das ist für mich persönlich ein Geschenk, so leben zu dürfen, weil für mich selber, mich hat das so, ja sorry, genervt. In Deutschland alles perfekt. Alles akkurat. Rasen, akkurat gemäht. Bist du auch nett angezogen? Hast du die teuersten, neuesten Markenklamotten? Ist dein Schmuck auch echt oder unecht? Was für ein Auto fährst du? Was machst du beruflich? Bist du Frau, Herr Doktor? Und dieses ganze Unwichtige im Leben. Wenn ihr mich persönlich fragt, hier ist sein, hier ist Leben. Wenn die, die haben so einen Spaß, die treffen sich am Wochenende am Strand. Hier sind überall so Grillplätze verteilt draußen. Da sammeln die sich Freunde, Familie. Jeder nimmt Habba-Habba mit und dann ist da Spaß. Das Sprich. Das sind alles Sachen, die kosten nichts. Da geht man raus, hat Spaß, trifft sich und fertig. Es ist einfach nur Leben ohne Druck, ohne Stress, ohne Hektik. Es ist entspannt, es ist schön, es ist einfach, es ist kreativ, typisch kanarisch. Irgendwas ist auch kaputt. Ein Deutscher geht los, kauft sofort ein neues Teil, ein Canario. Guckt sofort im Garage, Keller, in der Finca. Hab ich irgendwas, was passt, womit ich das reparieren kann? Ist doch wundervoll. Von Anfang an habe ich auf einer Finca gelebt, also so ein bisschen ländlich mit Natur. Es ist völlig normal, dass die Canarios nicht in den Städten wohnen, wenn die einen Garten haben. Also erstmal, dass sie einen Garten haben und dann ist da kein, ach so, acerater Tiergarten, sondern es ist Nutzgarten. Fast jeder Canario baut selber an. Die haben ihre Obsträume, das ist normal. All das hat mich hier erwartet und ich habe wirklich, es ist ein Geschenk für mich und ich sage es jetzt mal so, dass mich das Universum hierher geführt hat und ich wirklich meinen Platz in dieser Welt gefunden habe, so glücklich bin, genau so leben darf, auch mit dem Drumherum, mit den Menschen, mit der Natur, mit der Art, wie man hier lebt, wie es für mich richtig ist, ganz für mich persönlich. Jeder ist hier anders, darum sage ich immer nur, weil ich Teneriffa toll finde, muss es für dich nicht richtig sein. Komm mal länger hierher, nicht nur Urlaub, sondern lebe auch mal hier. Es gibt natürlich auch hier total unterschiedliche Bereiche, ja. Es ist in den Dörfern anders als in den Städten, es ist in den Touristenzentren anders als in den kanarischen Ecken und so weiter. Das kann man sich ja dann sehen. Was mag ich? Zehn Jahre Teneriffa. Es ist wirklich wie ein neues Leben für mich, ein glückliches Leben, aber auch hier, könnt ihr sicher sein, ist das Auf und Ab des Lebens. Das ist egal, wo du bist, das gehört zu unserem Leben dazu, ja. Sprich Aufgaben, Schwierigkeiten, traurige Geschichten. Das begegnet einem überall. Das ist nun mal so. Aber von der Basis hier, nun scheint heute auch die Sonne und der Himmel ist blau. Das hilft nochmal, darum bin ich sehr gut drauf, weil ich mich so freue. Also wer diesen Input, den ich jetzt gegeben habe, der sagt, ja das geht auch in die Richtung, wie ich leben möchte. Es ist nicht so öko, hippie oder so, kannst du auch machen. Aber nein, es ist einfach nur wirklich, wem, ohne dass irgendwas anderes wichtig ist. Es ist ein liebevolles Miteinander. Man hilft sich, das ist total normal. Total normal ist, davon haben wir gestern drüber geschnackt. Kanarios vor dir im Auto, ihr Wagen bleibt stehen, weil da kennt sie den Fußgänger und da hält das andere Auto, den kennen sie. Und es ist eine riesige Autoschlange hinter dir, weil der vor dir gerade die Leute da alle kennt und erst mal einschnacken muss. Das ist typisch, typisch, kanarisch. Natürlich geht einem das auch manchmal ein bisschen auf den Schnürsenkel. Vor allem dann, wenn man es ausnahmsweise mal eilig hat, sollte man hier am besten die haben, weil die haben immer Zeit für einen Schnack. Und was auch schön ist, du kannst dich wirklich mit allen über alles unterhalten. Wenn du mit einem Kanaren einfach so hingehst, mit dem Sappelst und der denkt nicht, was ist denn das für eine, die laubert mich an. Nein, es ist normal, sich miteinander zu unterhalten. Vor allen Dingen natürlich dann wieder im Dorf oder auch in größeren, in der Stadt oder so. Wenn du in einen Laden gehst, wo du schon öfter warst, wo man sich kennt. Und darum ist es auch so, dass wenn irgendwie eine Veranstaltung ist, da ist kein Aushang oder irgendwas. Das ist Mundpropaganda. Die wissen immer alle automatisch Bescheid, weil sie sich unterhalten. Und was auch ganz, ganz schön ist, auch ganz anders als Deutsch. Es sind zwar Kanaros und wirklich Sappeltaschen, wenn sie draußen sind. Aber in deinem häuslichen Bereich, da hat jeder wirklich seine Privatsphäre. Und da an der Tür ist praktisch Schluss. Das heißt, auch anders als in Deutschland, auch in diesem Fall mir persönlich sehr entgegengekommen, und es ist nicht andauernd jemand da, der an der Tür klingelt und sagt, hey, hast du Lust, mit mir einen Kaffee zu trinken? Da ist ein ganz anderes Trinken. Da ist Respekt, deine Privatsphäre. Wenn wir uns treffen wollen, verabreden wir uns. Okay, aber nicht einfach mal klingeln und so weiter. Auch absolut etwas, was mir persönlich sehr entgegenkommt, was ich toll finde. Aber ich persönlich habe noch nicht meine Klingel. Das ist nochmal so ein Trick. Wer so leben möchte wie ich, hilft auch. Also, einfach nur schöne. Wie gesagt, in den 10 Jahren ist viel passiert. Ich denke, in jedem Leben in 10 Jahren passiert viel. Bei mir persönlich ist das Tolle, ich werde jetzt jedes Jahr jünger. Ich bin einmal umgezogen. Also, ich habe erst 6 Jahre und etwas in Ikot in Höhenlage gelebt. Wo auch wunderschöne Finca. Passte zu der Zeit alles relativ groß. Frisch im Winter. Mit Pool. Alles schön. Selten genutzt, weil es da immer so frisch war. Und wenn du da lebst, also nicht im Urlaub bist, also auch arbeitest und dein Alltag hast, dann nutzt man so einen Pool gar nicht so oft, wie man es denkt. Ich habe den ganz oft genutzt, so ein kleiner. Einfach nur, ich habe mich dann da hingesetzt, den Pool angesehen, ich war gar nicht mal drin und habe mich wie im Urlaub gefühlt. Also, es verändert sich alles. Ja, was für euch jetzt, wer hier in den Urlaub kommt, oh, Teneriffa Urlaub, war umgedreht. Wenn man hier lebt, ist Teneriffa irgendwann ganz schnell Alltag. Und viele Sachen werden auch normal. Strand. Ich kann jederzeit an Strand, aber ich muss nicht jeden Tag hin, aber ich kann es. Ich kann jeden Tag am Meer spazieren gehen, aber ich muss nicht jeden Tag hin, aber ich kann es. Und so weiter. Und bin jetzt einmal umgezogen, wohne jetzt weiter unten, wo es wärmer ist im Winter. Also, wenn ihr hierher kommen wollt, ich kann nur raten, erst mal mieten, schaut euch die verschiedenen Regionen an. Es ist total unterschiedlich. Auch wirklich von einem Dorf zum nächsten sind die Klimaverhältnisse oft sehr speziell, sodass man wirklich eine Zeit lang da leben muss. Am Anfang, als wir da gewohnt haben, in Höhenlage, da hatten wir ganz viel Kontakte, um uns zu informieren. Rat ich auch, erst mal Kontakte ohne Ende knüpfen. Später merkt man dann, okay, jetzt freut es nicht mehr. Aber am Anfang, um die Infos zu bekommen, hatten wir Infos und die sagten dann, du, überlegte das, wir haben auch in Höhenlage gelebt. Und das ist echt ätzend, wenn deine ganzen Klamotten im Strang klamm sind und fragen mich nicht und so weiter. Da habe ich gesagt, naja, weil es ja so schön war, alles neu, die klingt auch wunderschön, ganz viele Obstbeuge. Ich habe gesagt, ja, okay, ich kann mir ja viel erzählen. Will ich erst mal selbst erleben? Ich habe es erlebt. Und es war jetzt bei mir nicht das Thema, dass die Klamotten klamm waren, aber ich habe so gefroren und so auf eine Erkältung gehabt wie noch nie in meinem Leben, weil man drinnen nur einen Ofen hat, so in einer Ecke. Und damals hatte ich so Elektroöfen zusätzlich angemacht. Das würde heute ja nicht mehr gehen, weil der Strom ein bisschen gestiegen ist. Also, nee, die Autos hier, das sind alles alte Klappergestelle. Die lassen Sie reparieren, zack, fertig. Interessiert keinen, die Autos hier müssen praktisch sein, damit die, wenn Sie Ihre Fingers haben, die Bananen von links nach rechts transportieren können und so. Und so solche Geschichten. Das ist einfach nur liebenvoll. Es interessiert auch wirklich keinen, ob du dich mit deinen Klamotten vergriffen hast. Ja, ob du kurze Haare, lange Haare hast, dick oder dünn, super dick ist auch hier in, wisst ihr hier, Leggings sitzt, Shirt sitzt und 98 Kilo zu viel passt. Interessiert keinen und das ist das Schöne. Wenn du ein bisschen schief guckst, du wirst trotzdem integriert, es ist einfach nur liebenvoll. und es mag nicht jeder, es ist auch einfach und manche Sachen, so Geschäftszüchtigkeit und so, ja, man braucht ja hier eine Bank, einen Steuerberater und da hat man so ein paar Sachen abzuklären. Da denke ich dann manchmal, nee, Leute, was wollt ihr denn alles von mir? Man kann es auch kompliziert machen, da kann man Hörner kriegen. Die Bürokratie hier zum Beispiel ist tausendmal schlimmer als in Deutschland. Die lassen sich Formulare einfallen. Da habe ich letztens bei einer Bank gefragt, dann sagten die, ja, ich soll ein Null-Formular mitbringen. Ernsthaft. Ein Formular, wo draufsteht Null, wo ich denke, wenn ein Null draufsteht, ist er gleich wie gar nichts mitbringt. Aber so Sonne-Geschichten, ja, oder hier so wundervoll, so Marktstände, nicht Markt, so eine Art Messe als Marktstände, wo die Sachen neu präsentiert haben, tolle Sachen, Thema Gesundheitsbereich, Permakultur, spannend, wo sie einfach nicht geschäftstüchtig waren. Ich wäre am liebsten zu jedem Stand hingegangen, hätte den Berater gesagt, stell mal ein paar mehr Sachen hin, mach mal vielleicht auch einen Preis und so. Das fehlt denen. Das muss man einfach akzeptieren. Und rechnen können. Zehn mal eine Birne für einen Euro. Wir lassen zehn mal die Birne rüber scannen oder nehmen den Taschenrechner. Das zum Thema, wie ist der Bildungsstand? Nicht alle, natürlich nicht. Es sind schon andere Sachen. Aber wenn man integriert, und das ist natürlich auf dem Dorf einfach, auch aus Ausländern, also wie ein Kanarier behandelt wird, dann ist das so wundervoll, liebevoll. Dann gehe ich wirklich zu einer kleinen Werkstatt und sage, hey, ich habe das und das Problem, kannst du mal kurz gucken? Der guckt, macht da düddel-düdel, und ich sage, was kostet das? Und der sagt nicht. Das ist das Liebevolle. Also, ich kann mir vorstellen, dass viele, die hier leben, ganz andere erfahren. Wie gesagt, es ist eine Frage, wie man selber leben will, wie die persönliche Einstellung ist, und wo man lebt, und wie werden will. Viel erlebt, wer Lust hat, mein Buch, Leben auf Teneriffa. Das habe ich vor zwei Jahren ungefähr geschrieben. Das war so Anfang Irrsinn, beziehungsweise angefangen zu schreiben, vorm Irrsinn. Silma Irrsinn ist da nicht drin. Den Irrsinn haben wir überlebt. Mal gucken, wie es noch weitergeht. Der Himmel ist blau, die Welt ist gerettet. Leben auf Teneriffa. Oder für die Katzenfreund. Ich habe ganz, ganz viel mit den Katzen hier erlebt. Teneriffa-Katzen. Den Titel kann man so sehen. Teneriffa-Katzen. Ganz, ganz viel mit den Katzen hier. Danke euch fürs Zuhören. Ich weiß, manche einer ist noch viel, viel länger her. Ich habe noch viel vor mir auf Teneriffa. Ach so, eins noch. Ich war kein einziges Mal wieder in Deutschland. Und wenn es nach mir geht, hoffe ich, dass das so bleibt. Ich habe von Anfang an tatsächlich Albträume, dass ich in Deutschland bin und in mein Paradies nichts zu sein. Viele Grüße von Teneriffa. Eure Kirchen.